Oh, da ist er abgehoben. Und wie fliegt er sich? Also ich sehe ihn hier drauf irgendwie nicht. Jetzt kommt ein bisschen zu. Ah, jetzt servieren wir. Ja. Ja. Oh. Hey, mach mich nicht nervös. Der hält schon mal auf die See. Der bringt schon mal einfach gar nichts. Okay. Ja. Der stabilisiert sich so. Wieso tun wir einen Landeanschlug? Ich glaube nicht. Warte, warte. Dreh noch eine Runde, ne? Ja, lass doch hier jetzt langsam runter. Jetzt drehste. Und jetzt lässt ihn runter segeln. Und hinter uns landen. Mach nur eine Runde, ja? Okay? Ja, oder musst in unsere Richtung landen. Wie bitte? In unsere Richtung landen. Ja. Das ist aber schwierig, ne? Oder? Würde ich besser finden. Stimmt, stimmt. Wir mussten ja mit dem Wind landen. Das ist noch nicht so rum. Ich glaube, we kriegen den den nicht mehr runter. Ich mach mit dem Landeanautomaten. Ich kann nur 3.15, warte mal, ich muss ein neues Video.